Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Wiederaufbauhilfe NRW 2021 für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen. Wir schauen uns gemeinsam an, wer entsprechende Förderanträge stellen kann, welche Leistungen davon abgedeckt sind, welche Unterlagen und Informationen beigebracht werden müssen, wie das Verfahren abläuft und wo ihr euch weiter informieren könnt. Wer kann Anträge auf diese Fördergelder stellen? Das können Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sein, das können Unternehmen der Fischerei und Aquakultur sein und das können Eigentümer, Besitzer, Pächter und andere Nutzungsberechtigte von Land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Teichflächen sein. Welche Leistungen können denn diese Betroffenen und Antragsteller geltend machen? Da gilt als Regelfall, dass man ab einem Schaden von 5000 Euro Beträge geltend machen kann. Aber das ist der Regelfall. Das heißt, ausnahmsweise könnten auch geringere Beträge geltend gemacht werden. Dann muss die Bewilligungsbehörde nach sachlichem Ermessen feststellen, ob Beträge gezahlt werden können oder nicht. Grundsätzlich werden 80% der förderfähigen Kosten bezuschusst. In besonderen Härtefällen sind aber auch Förderungen bis zu 100% der Kosten möglich. Förderfähige Kosten sind diejenigen zur Schadenbeseitigung, zur Wiederherstellung und auch eventuelle Einkommenseinbußen. Agrarbetriebe kennen diese Probleme. Regeln sind häufig sehr ausführlich und recht kompliziert. Deswegen die genauen Berechnungsmethoden. Da empfehle ich euch, schaut in die Nummer 542 der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW. Die haben wir euch natürlich in der Beschreibung verlinkt. Die Beträge, die gezahlt werden können, sind beschränkt durch die Beihilfe rechtlichen Regelungen der Europäischen Union, zum Beispiel aus der nationalen Rahmenrichtlinie und der Rahmenrichtlinie für den Fischerei- und Aquakulturbereich. Es gilt hier, dass auch die Kosten vor dem Eintritt des Schadenereignisses, also zur Schadenabwehr, geltend gemacht werden können, genauso wie deren Beseitigung. Wenn ihr also schon vor dem Hochwasser Maßnahmen ergriffen habt, um euch und euren Betrieb zu schützen und diese Maßnahmen Kosten verursacht haben, dann dürft ihr die ebenso geltend machen wie Schäden, die durch Einsatzkräfte oder Einsatzfahrzeuge eingetreten sind oder auch von privaten Helfern verursacht wurden. Welche Unterlagen und Informationen muss man beibringen? Das ist in diesem Verfahren wieder recht ausführlich beschrieben in der Nummer 542 der Förderrichtlinie in der Beschreibung. Ja, und das ist wie gesagt sehr ausufernd beschrieben für unterschiedliche Betriebsarten, für unterschiedliche Schadenarten. Da geht es um bestimmte Kennwerte, Betriebskennzahlen. Schaut euch das mal ganz in Ruhe an, damit es auch hier beihilferechtlich keine Probleme gibt. Wie ist das mit der Antragstellung und dem Verfahren geregelt? Ja, ihr ahnt das, im Agrarsektor, da ist das wieder ein Spießerutenlauf, kann man sagen. Die Antragstellung ist möglich bis zum 30. Juni 2023. Zeitlicher Stress sollte da also nicht entstehen. Aber die Bewilligungsbehörde ist, und hier muss man unterscheiden, für die landwirtschaftlichen und ähnlichen Betriebe sowie für die Unternehmen der Fischerei und Aquakultur, der Präsident der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als sogenannter Landesbeauftragter. Aber für die Unternehmen der Forstwirtschaft, da ist es der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Also hier schon eine wichtige Unterscheidung. Wenn also bei euch beides anfällt, also Kosten aus einem landwirtschaftlichen Betrieb einerseits und aus der Forstwirtschaft andererseits, dann müsst ihr da gegebenenfalls zwei getrennte Anträge stellen. Bevor die Bewilligungsbehörde den Betrag zur Auszahlung bringen darf, muss die beihilferechtliche Genehmigung der Europäischen Kommission vorliegen. Das kann also das Verfahren zusätzlich noch verlangsamen. Wie bei allen Fördermitteln muss ein Verwendungsnachweis zur Überprüfung zur Verfügung gestellt werden. Dieser Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht. Das könnt ihr euch vorstellen wie einen Bericht, den ihr erstellt habt, über die Schäden, die entstanden sind, die Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, was das gekostet hat und wie diese Arbeiten vonstatten gegangen sind. Außerdem zweiter Teil des Verwendungsnachweises, das ist eine abschließende Belegliste, in der ihr also alle Unterlagen, die die Kosten im Einzelnen belegen, auflistet, nach einer Belegnummer, einem Datum und dem zugehörigen Betrag. Ja, ihr merkt das und wahrscheinlich kennt ihr das auch schon. Bei Agrarunternehmen, da ist das immer was ganz Besonderes, wenn es um Beihilfen, Zuwendungen und Fördergelder geht. Hier insbesondere zwei zu nennen. Die erste kennt ihr ganz bestimmt schon. Alle Beihilfen über 60.000 Euro müssen im Transparenzportal der Europäischen Union veröffentlicht werden. Den Link zu dem Portal stellen wir euch natürlich auch ein. Und die zweite Besonderheit, die Schäden, die ihr berechnet habt, die müssen erst mal amtlich festgestellt werden bei der nach Landesrecht für euren Betrieb zuständigen Behörde. Das kommt dann auf euren Wirtschaftszweig an. Aber das kennt ihr bestimmt schon, wer da für euch zuständige Stelle ist. Teilweise müsst ihr dafür bestimmte Unterlagen vorlegen. Denkt da an die Nummer 542 der Richtlinie. Da steht das Maßgebliche drin. Ja und wenn ihr jetzt noch mehr Informationen haben wollt, die haben wir euch in die Videobeschreibung eingestellt. Falls ihr noch coole Ideen oder Fragen habt oder ihr kennt andere Videos, die sich mit dem Thema befassen, dann haut es uns doch in die Kommentare und dann schauen wir, dass damit möglichst vielen geholfen wird. Für euch und alles, was ihr vorhabt, toi toi toi, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.